Hallo und willkommen zum heutigen Video. Weder im Religionsunterricht, damals in der Schule, noch in der Kirche wird dir wahrscheinlich jemals irgendwer gesagt haben, dass du Gott bist, dass Gott in dir ist, dass du nicht nur Schöpfung, sondern auch Schöpfer bist. Wir möchten heute aber nicht auf die Worte der Kirche schauen, wir möchten nicht zurück in den Religionsunterricht schauen, wir möchten auf die Worte von niemandem schauen, sondern wir schauen direkt rein in die Bibel und schauen, wo uns die Bibel versteckt und doch so klar kommuniziert, dass wir Gott sind. Wenn wir es zu verstehen wissen, und dafür möchte ich gemeinsam mit dir reinschauen in Prediger 3,11 und ich zitiere, dort steht geschrieben, dort heißt es, Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Dieser Satz, dieser Vers ist sehr interessant, aber wir beginnen mal am Anfang. Auch die Ewigkeit, so ist es hier übersetzt, hat Gott dem Menschen ins Herz gelegt. Ewigkeit, wenn du Ewigkeit liest, dann musst du wissen, dann bedeutet dies oder steht hier im Hebräischen Olam, O-L-A-M, Olam, der ewige Gott. Und wenn wir uns da in einer Konkordanz, in einer guten Konkordanz mal anschauen, was Olam denn bedeutet, dann ja, ist es zum einen Ewigkeit, der ewige Gott, die Ewigkeit. Zum anderen, und das ist sehr interessant, aber bedeutet es auch zeitgleich, die ewige Jugend, der Jüngling, der Sprössling. Und das ist sehr interessant, denn wenn man sich Menschen anhört und diese von ihren Visionen erzählen, Menschen, die erwacht sind, Menschen, die sich daran erinnern, wer sie sind. Sehr interessant gleich für den zweiten Teil des Verses. Wir können die Werke Gottes nicht von Anfang bis Ende ergründen. Die Menschen aber, die sich daran erinnern, von Anfang bis Ende, die Menschen, bei denen der Vorhang gefallen ist, die erkannt haben, dass sie nicht nur Schöpfung, sondern auch Schöpfer sind, diese Menschen sprechen sehr häufig in ihren Versionen, in ihren Visionen von einem Baby, von einem Säugling, von einem Baby, welches dort symbolisch für diese Ewigkeit, für diesen ewigen Sprössling steht. In der Bibel ist auch die Rede vom Sprössling David. Und das ist sehr interessant, dass Olam hier zeitgleich übersetzt werden kann mit Jugend oder Sprössling, auf der anderen Seite aber mit der Ewigkeit oder Olam, der ewige Gott. Und das trifft es eigentlich auf den Punkt, denn es ist die ewige Jugend. Ehe, Abraham, war, bin ich. Also es ist völlig egal, wie weit wir zurückgehen in die Vergangenheit, welcher Mensch vor tausenden Jahren gelebt hat. Du bist älter als diese tausend Jahre. Ehe, Abraham, war, bin ich. Das ist die ewige Jugend. Die ewige Jugend in dir, die Gott dir ins Herz gelegt hat. Was hat Gott dir ins Herz gelegt? Sich selbst. Gott hat sich selbst in dein Herz gelegt. Gott wurde Mensch, damit der Mensch zu Gott werden kann. Das wissen wir aber nicht, wenn wir in diese Welt kommen. Das wissen wir nicht, denn wir können, so geht ja Prediger 3,11 weiter, die Werke, die Gott getan hat, nicht von Anfang bis Ende ergründen. Was bedeutet das? Naja, das bedeutet, dass du dich jetzt gerade nicht daran erinnern kannst, was vor deiner Geburt war. Nehme ich an. Du kannst dich nicht daran erinnern, wer du bist. Und darum bist du dieser Illusion verfallen, dass du lediglich Schöpfung bist. Dass du begonnen hast vor x Jahren und enden wirst im Grab. Das ist die Illusion, der du verfallen bist, aufgrund dessen, dass du dich nicht daran erinnerst, wer du bist. Und dass du dich nicht daran erinnerst, dass Gott dir die Ewigkeit, sprich sich selbst, ins Herz gelegt hat. Mit anderen Worten, dass du Gott bist. Das Wesen, welches diese Worte gerade überhaupt verstehen kann, ist nicht die Maske, die du trägst. Es ist Gott in dir. Ich spreche gerade zu Gott. Du bist Gott. Wenn du sagst, ich bin, das ist Gott. Alles, was du hinzufügst, ist ein Zustand, den du, Gott, angenommen hast und dementsprechend in deiner Welt verkörperst. Aber du bist nicht diese Verkörperung. Du bist nicht dieser Zustand. Du bist immer größer als dein Zustand. Egal, wie viel Geld du hast. Egal, wie gesund du bist. Egal, wie krank du bist. Du bist immer größer als dieser Zustand. Das ist die ewige Jugend in dir. Ehe Abraham war, bin ich. Bin ich. Gegenwartsform. Es ist die ewige Gegenwart. Olam, der ewige Gott, der dir ins Herz gelegt wurde. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir uns denn daran erinnern? Wie können wir denn den zweiten Vers oder den zweiten Teil dieses Verses hinter uns lassen? Nämlich, dass wir diese Werke, die Gott getan hat, nicht von Anfang bis Ende ergründen können. Wie können wir denn merken, dass wir nicht nur Schöpfung, sondern auch Schöpfer sind? Und da kommt die Praxis des Manifestierens ins Spiel. Viele glauben immer, Manifestieren wäre so etwas wie eine Wunschmaschinerie, die den einzigen Sinn hat, meinen Wunsch zu erfüllen. Aber ich sage dir, egal was dein Wunsch ist. Dein Wunsch ist tief spiritueller Natur. Also selbst wenn du einfach nur ein bestimmtes Auto in deiner Welt manifestieren möchtest, dann bitte ich dich doch dort anzusetzen und diesen Wunsch anzunehmen. Denn er ist tief spiritueller Natur, denn dieser Wunsch wird dich Stück für Stück zu der Erkenntnis führen oder dich daran erinnern, welche Werke Gott denn von Anfang bis Ende getan hat. Dein Verlangen ist dein Wegweiser. Manifestieren hat den einzigen Sinn, dass du dich daran erinnerst, wer du bist, nämlich Gott. Gott wurde Mensch, damit der Mensch zu Gott werden kann. Und wie wird der Mensch zu Gott? Indem er die Werke Gottes tut, indem er beginnt, die Werke Gottes zu tun. Und was sind die Werke Gottes? Gott sagt, es sei und es ist. Du solltest sagen, es sei und es ist. Was bedeutet das jetzt in der Praxis? Ich habe einen Wunsch, ich möchte gesund sein. Ich sage, es sei und es ist. Bedeutet nichts anderes als, ich nehme an, dass ich jetzt gesund bin, unabhängig der äußeren Umstände. Ich bin verschuldet, ich möchte wohlhabend sein. Ich nehme an, dass ich jetzt wohlhabend bin. Kann ich das? Ja, denn ich verfüge über Vorstellungskraft und du verfügst über Vorstellungskraft. Also kannst du jederzeit annehmen, dass deine Umstände völlig gegensätzlich sind, völlig konträr zu deinen gegenwärtigen Umständen in deiner Welt. Der Schwache spreche, ich bin stark. Kann er das? Ja, weil der Schwache, auch wenn er gerade schwach ist, verfügt über Vorstellungskraft. Das heißt, er kann annehmen, dass er stark ist. Der Schwache spreche, ich bin stark. Nicht, ich werde stark sein. Nein, Gegenwartsform. Ich bin stark. Und wenn er das tut, wenn er diese mutige Behauptung aufstellt, dann wird er in seiner Welt Stärke verkörpern. Die Schwäche wird der Stärke weichen. Und dann beginnt die Erinnerung. Dann wird er vielleicht sagen, das war Zufall, aber dann wiederholt er das Ganze, denn vielleicht ist er jetzt auch noch arm. Der Arme spreche, ich bin reich. Und dann fließt das Geld in seine Welt. Und er wird feststellen, ich kann nicht nur Schöpfung sein. Ich bin Schöpfer. Die Ewigkeit wurde mir ins Herz gelegt, weil ich die Ewigkeit bin. Ehe Abraham war, bin ich. Um es also auf den Punkt zu bringen, egal welches Verlangen, egal welchen Wunsch du heute hast, höre nicht auf die Welt, die dir sagt, dass Wünschen Träumerei ist. Dass Wünschen etwas Schlechtes ist. Dass du in der Realität ankommen solltest. Also was ist das für eine Aussage? In der Realität ankommen. Die Menschen, die dir das sagen, sind so weit von der Realität entfernt, dass man weiter nicht davon entfernt sein könnte. Die einzige Realität, die es gibt, ist Ich Bin. Und was du diesem Ich Bin hinzufügst, ist einzig und allein dir überlassen. Und darum bitte ich dich, dass du heute deinen größten Wunsch als erfüllt annimmst. Wie machst du das? Wenn dein Wunsch heute erfüllt wäre in deiner Außenwelt, was wäre anders? Was würden Menschen zu dir sagen? Wie würdest du aufwachen? Wo würdest du aufwachen? Wie würdest du zu Bett gehen? Was würdest du zu dir selbst sagen? Ich erinnere mich daran, als das noch ein Wunsch war. Impliziert diese Aussage nicht, dass der Wunsch nun erfüllt ist? Falls ja, dann kann ich mich doch in meiner Vorstellung selbst sagen hören, ich erinnere mich daran, als das nur ein Wunsch war. Wenn ich das nun wiederholt tue, dann bewohne ich den Zustand der Wunscherfüllung. Und dann wird sich der Wunsch in meiner Außenwelt erfüllen. Und dann beginne ich, mich zu erinnern. Daran, dass ich nicht nur Schöpfung, sondern auch und vor allem Schöpfer bin. Dass ich nicht nur im Traum bin, sondern dass ich der Träumer des Traums bin. Und dass ich diesen Traum, da ich ja der Träumer bin, bewusst gestalten, bewusst steuern kann. Alles beginnt mit deinem Verlangen. Das Verlangen, was du heute hast, es ist das perfekte Timing. Es will jetzt durch dich erfahren werden. Und dann machst du dich auf den Weg. Dann machst du dich auf den Weg zur Erkenntnis. Zur einzigen Erkenntnis, um die es in dieser großen, weiten Welt geht. Nämlich, dass Gott Mensch wurde, damit der Mensch zu Gott werden kann. Ich danke dir fürs Zusehen. Fragen, Anregungen dazu, wie immer, gerne unter das Video. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.